Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Societe Generale. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 18. November 2024, 10 Uhr 2. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wieder, nicht die der Societe Generale. Wir schauen heute auf zwei Aktien aus den USA, deren Chartbild sich mittelfristig durch die Entwicklung in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich verbessert hat. Das ist zum einen die PayPal-Aktie und zum anderen das Papier von Tesla. Wir schauen im ersten Schritt auf PayPal und sehen hier einen Chart, wenn man ein bisschen weiter hinaus scrollt, der sehr, sehr schwierig ist. Keiner wird hier in den vergangenen zwei, drei Jahren große Freude gehabt haben. Es sei denn, man hat hier sich seit dem vierten Quartal 2023 eingekauft oder dann hier in dieser letzten Phase. Somit ist die erste Aussage schon mal klar. Das sieht kurz- und mittelfristig ganz in Ordnung aus, aber die Aktie kommt natürlich von Kursen über 300 Dollar und bis dahin ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Was war hier ausschlaggebend in den letzten Wochen? Sie sehen hier, dass die Aktie sich in einer ersten Bewegung erholt hat, ausgehend vom Herbsttief 2023 bis an den EMA 50-Woche. Dass es dann aber mehrfach Abpraller gab an dieser Horizontalen um 67, 60, 68 Dollar. Erst als die Aktie diese Marke dann deutlich verlassen konnte zur Oberseite, hat sich das Chartbild verbessert. Und wenn man jetzt zurückblickt, war das im August der Fall. Es kam dann zu dem viel zitierten Pullback. Das haben wir ja an dieser Stelle hier immer wieder, dass wir diese Pullback-Szenarien auch besprechen und anschließend hat die Aktie weitere Hochs markiert. Auch zuletzt hier im Oktober kam es zu einem Pullback. In diesem Fall an das letzte Zwischentief bzw. an das Hoch hier bei 76,54. Das sind immer ganz gute Gelegenheiten, sich hier in eine Aufwärtsbewegung einzuklinken. Jetzt sind wir drauf und dran, das nächste Etappenziel abzuarbeiten. Das heißt, hier könnte es nochmal zu einer Konsolidierung kommen um 88,60. Grundsätzlich hätte der Wert aber das Potenzial, den EMA 200-Woche, der jetzt seitwärts eindreht, anzusteuern. Aktuell bei gut 97 Dollar und das wäre allerdings meiner Ansicht nach schon fast der Best Case, dreistellige Notierungen zu markieren. Das heißt, die markanten Zwischenhochs aus dem Sommer 2022 anzusteuern. Soviel zum übergeordneten Bild. Natürlich ist jetzt die Voraussetzung auch die für diesen Aufwärtstrend, dass die ansteigenden Tiefs, also diese Pullback-Phasen, dass diese auch halten, dass es nicht mehr unterschritten wird. Ansonsten müsste man sich hier wieder auf der Unterseite orientieren. Das Ganze wie immer auch im Tageschart. Hier sieht man Pfeile auch von einer Analyse vor einigen Tagen. Es kam ja nochmal zu einem Auswasch hier nach den Zahlen. Hier sieht man dann, wie so eine Dreifach-Unterstützung sich oder Doppelunterstützung sich herauskristallisiert hat, nämlich eine horizontale, die hier untermauert wird durch den EMA50. Die Aktie hat daran zurückgesetzt und ist dann auf neue Hochs gestiegen und somit kann man sich an diesen ansteigenden Tiefpunkten und auch am EMA50 orientieren. Solange das intakt ist, kann man den Blick weiter aufwärts richten. Wie gesagt, kurzfristig eine Konsolidierung wäre schön. Vielleicht kommt es hier auch nochmal zu einem Test dieser kleinen Unterstützung bei 83,70 und setzt die Aktie dort auf und anschließend wird der Trend fortgesetzt. Oberhalb von 88,60 wäre dann perspektivisch der EMA200 Woche und auch die 103 Dollar wären erreichbar. Neben der Schlüsselunterstützung hier bei 68,67,50 lässt sich jetzt bereits vorgeschaltet die 76,50 nennen. Also ein Bruch dieser Marke, da gehe ich erstmal davon aus, dass es dann einen Rücklauf geben wird an die 71 Marke beziehungsweise an den EMA200. Wenn Sie etwas handeln möchten auf die Aktie von PayPal, dann wie immer hier zwei Derivate für Sie beispielhaft ausgewählt. Mit der WKN SU1 M5W ein Turbo Endless Call. Basispreis gleich K.O. Schwelle bei 57,76,10 der Hebel um die 3. Und das Short Pendant SJ2 P67 ein Turbo Endless Put. Basispreis gleich K.O. Schwelle bei 114,61,50 der Hebel um die 3. Wie immer der Hinweis, das sind nur zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Viele weitere Derivate natürlich auch auf Aktien wie PayPal und Tesla finden Sie unter www.sg-zertifikate.de. Die Trading-Aktionen der November läuft ja noch eine Weile. Daher nochmal die Erinnerung an die Aktion mit der Dadat Bank. Dadat Bank Kunden handeln bis Ende des Monats ab einem Ordervolumen von 1000 Euro. Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Societe General gebührenfrei. Daneben laufen natürlich noch zahlreiche Aktionen auch bis zum Jahresende. Schauen Sie hier als 1822 Direktkunde drauf. Konsorsbank, hier gilt ebenfalls das Mindestordervolumen von 1000 Euro. Und natürlich auch für den ein oder anderen Neo Broker. Nutzen Sie diese Aktionen, um Gebühren zu sparen und damit auch die Profitabilität im Trading zu verbessern. Wir schauen auf Aktien Nummer 2. Ich glaube kaum ein Wert wird es so oft dieses Jahr auch in das Video geschafft haben wie Tesla. Aber gut, es gibt ja auch den ein oder anderen Anlass. Jetzt im Zuge des Wahlergebnisses deutlich durchgestartet. Und hier geht es jetzt weniger um das kurzfristige Bild, auch wenn das natürlich viele Trader interessiert, die gehebelt haben, sondern wirklich um das große Bild. Warum? Wir haben es hier zigfach besprochen und es ist nun soweit. Die Aktie hat mit der aktuellen Monatskerze, es ist natürlich noch eine Weile zu handeln im November, deutet aber hier den Ausbruch an über die langfristige Abwärtstrendlinie. Die beschäftigt uns seit dem Jahr 2021. Also hier geht es um nicht weniger als um einen dreijährigen Abwärtstrend. Wenn man das hier weitermacht, 1, 2, 3 Jahre. Dann haben wir auch noch ein markantes Zwischenhoch aus dem Jahr 2023 bei 299,29 plus das 61,8 Retracement bei ebenfalls knapp 300 Dollar, 295 Dollar. Und alles haben wir aktuell überwunden. Sollte das also so bleiben im Monat November, dann stehen hier die Zeichen gut, dass die Aktie auch das Allzeithoch plus X erreichen kann. Also die Zeichen stehen gut auf einen neuen Aufwärtstrend bei Tesla. Bislang war das kein weiterer Aufwärtstrend. Jetzt sind die Chancen aber da. Ich will der Vollständigkeit halber nochmal sagen, dass noch keine finale Entscheidung auf Monatsbasis gefallen ist. Es gibt noch gewisse Restmöglichkeiten, dass es trotzdem nur eine Zwischenerholung ist bei Tesla und die Aktie dann doch nochmal deutlicher fällt. Aber es ist aktuell natürlich nicht die bevorzugte Variante. Es geht um Wahrscheinlichkeit und aktuell ist die Wahrscheinlichkeit besser, dass es einen weiteren Anstieg gibt. Das ist jetzt wirklich der Monatschart. Dann gehen wir nochmal in den Wochenchart. Denn den Wochenchart, der wird Ihnen geläufiger sein, wenn man hier umschaltet. Genau, da habe ich ja hier wiederholt mit einem roten Balken gearbeitet hier oben. Und mit der Kerze in der vorletzten Woche und jetzt auch der Bestätigung in der Vorwoche sind wir oberhalb dieser Zone angekommen. Der erste Ausbruch oder im Prinzip in einem Aufwasch haben wir ja den Ausbruch geschafft über die vorgeschaltete Zone hier und dann auch über diese. Und deswegen, solange wir uns jetzt hier darüber etablieren, auch mit einem tieferen Rücksetzer, das wäre jetzt auch kein Problem, kann man den Blick weiter aufwärts richten in Richtung Allzeithoch. Hier schauen wir uns mal die Verlaufsvarianten an. Das wäre also die bullische Variante. Direkt oder mit einem kleinen Umweg steuern wir das Allzeithoch an und dann etwas tiefer hier diese rote Variante so. Erst wenn wir wirklich wieder auch diese starke, hochvolumige Wochenkerze abverkaufen würden, würden wir in den alten Seitwärtstrend einbiegen. Dann wäre erneut der untere 200er Bereich eventuell einen Blick wert bei Tesla. Abschließend der Tageschart. Da sieht man natürlich diese unglaubliche Rallye. Hier erstmal in Folge der Zahlen, dann in Folge der Wahl. Und das Interessante ist jetzt, wenn Sie direkt auch gehebelt handeln möchten, dass die Aktie jetzt ein paar Tage konsolidiert hat. Es gibt also ausgehend von dieser grünen Zone jetzt bereits direkte Chance, den Aufwärtstrend wieder fortzusetzen. Man kann mit den relativ engen Stops arbeiten. Wer sich an den letzten Zwischentiefs orientieren möchte, hat natürlich hier vor der Wahl das Tief bei 238,88 und vor den Quartalszahlen das Tief bei 212,11. Also darunter kann man auch sich entsprechende Knockouts aussuchen. Bärisch, wie gesagt, meiner Ansicht nach jetzt erst wieder, na gut, die Aufwärtstrende können wir uns schenken hier, bärisch erst wieder, wenn diese Zwischentiefs unterschritten werden. Also auch tiefere Rücksätze einkalkulieren. Hier beispielsweise haben wir auch noch die 271er Marke vorgeschaltet, aber insgesamt sieht das jetzt erstmal ganz ordentlich aus. Gut, jetzt habe ich glaube ich noch den Tageschart hier eigentlich dabei. Ne, das war schon der Tageschart. Gut, ich glaube sie sind aber jetzt gut abgeholt. Also es geht jetzt zum einen darum, natürlich, dass man direkt auch einen Trade fahren könnte, gehebelt wie hier eingezeichnet, aber es geht vor allen Dingen darum, auch die Anleger, Investoren, die Message, ihnen mitzugeben. Ja, es sind jetzt die Chancen so gut wie seit langem nicht mehr, dass die Aktie auch nachhaltig wieder in eine Aufwärtsbewegung einmündet, das noch abschließend. Denn sie müssen sich immer wieder vergewissern, der Wert ist ja davor, vor dieser Seitwärtskorrekturphase um 3400% gestiegen in, naja, nicht mal drei Jahren. Genau, zweieinhalb Jahre, auch nicht ganz, in etwa. Und das war natürlich eine Bewegung, die erstmal auch korrigiert werden musste. Gut, man könnte sich jetzt hier hinstellen und natürlich exorbitante Kursziele bestimmen, wenn ein neuer Aufwärtshand entsteht. Soweit würde ich aktuell noch nicht gehen wollen. Wir handeln uns hier von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Wenn Sie etwas handeln möchten auf die Tesla-Aktie, dann auch hier natürlich noch zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Auf der Long-Seite haben wir die WKN-SJ1RH9, ein Turboendlos-Call, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 227,07. Hebel um die 3 und dann noch SJ3, DJR, ein Turboendlos-Butt, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 450,42,50. Hebel auch hier um die 3. Bleibt mir nur, Ihnen einen guten Wochenstart zu wünschen. Und wir hören uns gerne wieder kommenden Montag. Tschüss. 麝 W Musik Vielen Dank.